Servus, liebe Wandern- und Autofreunde. Wir dachten eigentlich, es wäre ein schöner Schneetag, sind extra raus im Wald, aber es ist den Regen übergegangen. Es ist ein bisschen unangenehm jetzt. Es ist auch sau warm, es ist schon wieder eine Hitzewelle irgendwie, die wahrscheinlich hier Bayern erreicht hat. Echt anders, als ich erwartet hätte. Wir dachten, dass wir im tiefen Schnee gehen und so, aber das taut alles weg. Naja, jetzt machen wir das Beste draus. Wenn ihr mit dabei sein wollt, dann bleibt dran. I know that you're curious, I know that you're strong, but life can be furious, and things can go wrong. You go, you go, we're better off tomorrow, but who knows, who knows, if we get joy or sorrow. Stay true to that fire in your heart and your soul. Don't drench your desire in what you can control. We fly, we fly, try so hard together. And we might, we might be lost, but not forever. We'll be right back. Don't say you're ridiculous. You're not even close. Don't wish for indifference. You're not one of those. We fall, we fall, we fall, but we always rise up through it all, it all. We get a little wiser. So, die Suppe hat mal richtig gut getan. Gibt Energie, ist einem wärmer geworden. Macht ein bisschen bessere Laune. Und trotzdem werden wir jetzt langsam zusammenpacken. Insgesamt waren wir jetzt tatsächlich zweieinhalb Stunden schon unterwegs. Gar nicht so schlecht. Die frische Luft hat sehr gut getan. Und jetzt packen wir zusammen und gehen wieder nach Hause. Also, so ist das jetzt in dieser Zeit, wenn man nicht übernachten geht. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.